Berlin, Walheim, in der diesjährigen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick haben Heiko, 46, und Alexandra, 39, die ersten Herausforderungen ihrer besonderen Ehe bereits bestens gemeistert. Doch wie geht es jetzt für sie weiter? Heiko und Alex gehören zu den vier Paaren, die sich im Finale der 10. Staffel für eine weitere Ehe und damit gegen die Scheidung entschieden. Doch während das weitere Liebesglück für die anderen Teilnehmer auch immer mal wieder auf der Kippe stand, mussten die Zuschauer bei den beiden kaum zittern. Nach einem romantischen Jawort und harmonischen Flitterwochen fiel die Entscheidung Heiko und Alexandra am Ende sichtlich leicht. Es war für mich sofort klar, so Heiko und auch für Alexandra stand die Entscheidung schon seit Wochen fest, weil es sich so unfassbar leicht angefühlt hat. Und auch nach dem Finale meldete sich das Paar noch einmal bei seinen neuen Fans. Denn auch die ersten Wochen nach Abschluss der Dreharbeiten konnten die Reality-TV-Stars offenbar gut nutzen, um sich weiter kennenzulernen und ihre gemeinsame Zukunft miteinander zu planen. Doch welchen Schritt gehen Heiko und Alexandra nun als nächstes? Aktuell führen Heiko und Alexandra noch eine Fernbeziehung. Bei Instagram erklärte Heiko zum Auftakt eines angekündigten QA, dass er die meisten Fragen zum Thema Zusammenwohnen erhalten haben. Zu ihrer aktuellen Wohnsituation, rund fünf Monate nach ihrer TV-Hochzeit, erklärte er, Im Moment ist Alexandra tatsächlich 80% der Zeit bei mir, und wir wohnen quasi zusammen. Ihre beiden Wohnungen in Schwäbisch Hall und Berlin habe die Senior-Marketing-Managerin zwar noch nicht aufgegeben. Ganz so lange wollen sie mit dem offiziellen Zusammenziehen aber auch nicht mehr warten. Denn das sei schon für ihren ersten Jahrestag in wenigen Monaten geplant, so Heiko weiter. Dabei ließ er allerdings offen, ob sie sich dafür in seiner oder in Alexandras Heimat umsehen. Doch vermutlich werden sie in Süddeutschland bleiben. Denn Heiko hatte schon bei seiner HDB-Bewerbung angegeben, dass er seine Heimat auch nicht für ein Perfect-Match verlassen wolle. Und er hatte Glück. Denn auch Alexandras Heimat liegt nur rund 70 Kilometer von Heikos entfernt.